Wir waren schon dreimal Meister in der ersten Halbzeit. ABC, genau, dem Pflaster oder was? Klebt dir das auf den Arsch, ey, bis zum Pavian? Aki, was machst du denn da? Elefant oder was? Pack den Rüssel rein und die Taschen wieder rein, Mensch! So, heute Kreisliga-Fußball-ABC, A wie Anschiss. Anschiss ist die beste Verteidigung. Andi, 6-4-3, dem sind doch keine Körpermaße! Mensch, ey, so eine Mischung aus dem Hundewelpen und einem kleinen Kind, ey. Die merken aber jedenfalls mal, wenn sie auf die Fresse fallen. Hermann, Abstoß! Oder muss sich jetzt jemand aus dem Mittelfeld holen, der das macht? Mann, ey, damit ihr mal wisst, was bei mir in der Mannschaft Phase ist. Unser Torwart, den Hermann. 2 Meter groß, 2 Meter breit. Dann haben wir den Konstantin. Konstantin, vorne! Der ist so, der würde Philipp Lahm mit gestrecktem Rücken durch die Beine durchlaufen. Also der Hermann und dem Konstantin, die stehen hier beim Pickeln, am Pissoir. Und der Konstantin die ganze Zeit so am Blinzeln. Der Hermann, hast du was mit den Augen? Und der Konstantin, nee, aber du bist so am Spritzen. Da kannst du ja nur Anschisse verteilen. Nicht zu verwechseln mit Angstschisse. Dem haben meine Jungs nur, wenn sie zum Spiel zwei Oller eingeladen haben und die kommen beide. Die sind auch alle so hohl. Ah nee! Wenn du dem fragst, was ist ein Fußballverband? Da sagen die, ja, hier meine Mullbinde am Knie. Im Anschiss ist echt wichtig. Damit zeige ich meinen Spielern, ihr seid meine Jungs. Für euch gebe ich alles. Ich liebe euch einfach. Boah, mein Hermann, ey. Du bist so fett, ey. Du musst ja zum Gegen ins Kieswerk. ABC, genau. Dem Pflaster oder was? Klebt's ja dat auf den Arsch, ey. Bis zum Pavian. Boah, ey, hier komm ich mir vor, als würde ich nur Selbstgespräche führen.